Stress, stress, stress. Wir sind ein bisschen arg spät dran. Wir haben jetzt 8 Uhr, 22 Uhr. In zwei Stunden ist der Start. Wir haben noch nichts gegessen. Wir haben noch nichts gegessen. Und schauen, dass wir jetzt was zu essen bekommen. Wo sind die jetzt hin? Die Damen und die Schönen? Ah, ab nächstes, Jörg. Also bis gleich. Ich habe das Eko mal hier. Ganz neues. Beiden, wegen oben. Das ist das schmecken, Micha. Selber. Danke gleichfalls. So, gleich geht es los. Jetzt haben wir mal kurz Nudeln gegessen. Ganz einfach, wer habe ich jetzt? Was sagt Simone zu diesem ganzen Event? Ich bin sehr kaputt. Und freue mich auf mein Hotel. Hier, Musik, Herzloppenläufer. Gute Gesundheit. Kommen Sie gut an. Schauen Sie gut auf die anderen. Die Schweine, wie es wird. Spasset auf den Verlangen. Wichtig. Endlich, du Micha möchtest was sagen. Also ich möchte nicht viel sagen, aber ich bin gespannt. Ich bin nervös. Und sicher auf Kilometer 57, wo mein Bier auf mich wartet. Nach einem halben Liter Pastra. Dosenbier. Vielleicht bin ich ja auch ein Spruch. Das ist mein Ziel. Ziel in Deal. Ziel in Deal. Ich bin ja auch ein Job. Wenn ich euch hier sehe, dann weiß ich ganz genau. 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 Wer sind die Besten? Ja, nach Zeit. Direkt nur Zeit zum Einlaufen. Ja. 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 Geiles Gefühl. Alter. Sechster Schnitt Karriere. No. Kein Fall. Noch sind wir Topfit. Und schon müssen wir gehen. Es sind immer noch 99. Wie fühlst ich mich noch? Ja, immer noch wie vor 3 Minuten. Und ein indicierend zu regnen. Nein, das ist Rippa. Hier die ganzen Läufe mal wieder. Micha ist auch noch dabei. Sehr schön. Wir sind jetzt bei Kilometer 4. Ich mache aktuell ein bisschen mehr Videos. Wenn ich nicht weiß, ob ich bei Kilometer 80 in der Lage bin noch Videos zu drehen. Doch, bist du? Weil da gehen wir ja. Es ist eine ganz schöne Zeit hier. Wir werden es sehen. Was noch kommt. Das wissen wir nicht. Ohne Worte. Oh Scheiße. Zu viel. Wir schaffen das. Wir machen das in die Kamera. Ja. Es war aber schön. Die Brücke ist schön. Der Waldplatz hier. Ist eine super Nacht. Sehr schön. Mal gucken, was heute noch passiert. Bis später. Die Nacht ist noch lang. Genau. Ich bin jetzt bei Kilometer 57. Ich bin richtig am Arsch. Hier ist es super dunkel. Keine Ahnung, wo der Weg uns hinführt. Ich bin jetzt bei Kilometer 78. Ich bin jetzt bei Kilometer 78. Ich bin jetzt bei Kilometer 78. Wir haben hier noch einen schönen Anstieg. Das ist ein suffizierendes Thema. Es ist kein Berglauf. Es sieht ganz danach aus. Landschaftlich Wahnsinn. Jetzt sehe ich erstmal alles. Die Sonne schlägt bis da hinten auch. Das sieht man gerade nicht. Das war echt übel. Und zwar von 2 Uhr bis 4 Uhr war ich so müde. Wenn ich gegangen bin, haben mir immer die Augen zugefallen. Das war echt heftig. Ich hoffe, ich packe das jetzt noch. Bis später. Tschüss. So. 2 Kilometer 90. Die Menschen 10 Kilometer. Meine Uhr hält noch. 2 Kilometer. Bis später. Tschüss. 3. Spanns 창. Can es bei ? Sher mak wirklich. оч Islam wird nicht des Scheinen. Im Martinez noch ein Meerber. độ. Wir schauen nach. Feeling über 5. Er ist langt.